und heute wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde roblox simulator der zerschmetter simulator x wir müssen hier auch wir hier sehen könnt einfach den baum und sowas kaputt haben wir xp und geld so wird hier mehr angezeigt habt und nix egal wir gehen jetzt hier auch objekt laden da können wir uns nämlich ganz heiße sachen holen doch nicht weil wir brauchen 4000 aber würden wir es 4000 haben dann ja da kann man sich dann eier holen mache ich auch nur 4000 ich habe schon 6000 6000 so das hier besten ausrüsten habe ich schon öse dann habe ich den zwei austere egal 10.000 noch mal eins hier auch so dann kann man hier alles kaputt machen eigentlich ein ganz neues spiel abhut machen so so können wir hier wieder kaufen gehen und den hier uns kaufen die sind aber auch teurer die sind ganz schön teuer hier um uns hier mal drei eier okay kann man nicht nur nicht mehr ein eis ein schwein noch eins noch ein schwein wie kommt man denn hier eigentlich weiter das ist die frage aber ich würde mir doch erstmal ja okay komm holen wir uns einfach das das ist die frage so so nice 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 wenn wir nämlich alles einsammeln so wir können uns doch hier wieder 2 millionen also beim spielplatz dauert es lang erweiterungen angriffsstärkung ja auch mal kurz erweitert den spielplatz kriegen wir nicht so schnell kaputt so einfach hier alles kaputt machen immer wieder was neues gucken ach so geht er gar nicht 150.000 1,5 könnte ich mir sogar holen komm ich hole das ente test ausrüsten ja perfekt so dann wieder ab zum büro äh zum spielplatz ja dann geht schon schneller jetzt kaputt ja doch geht schon relativ gut kaputt also werden wieder drei millionen auf einmal werden wir uns hier das neue holen im basketball nächste kostet 7,5 so ihr seid ihr jetzt zack zack bam ja das ist nice das hier komm wir machen das kaputt was auch immer das ist so so 25 millionen so dann hierhin so machen wir den spielplatz hin auch kaputt so schön kaputt machen hier schön kaputt machen hier jo wenn sogar von weit entfernen wir alles kaputt machen weiter geht's weiter geht's ich will was bekommen das nächste kostet ja 25 millionen so 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 weg klugzeug basteln auf kerne ja hab doch ein ab hier ein basteln ach so man braucht vier ach so man braucht vier ok ok und ich würde sagen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne mal ein like ein abo und ein kommentar da schaut außerdem auf meinen discord server wobei das unten in der wiberschaft verlinkt jetzt habt einen traumhaften tag haut rein euer sandow ciao ciao ich hö